Herzlich Willkommen zu Namco Tennis Smashcourt, Player 1 gegen Computer und das Ganze ist so ein bisschen knuffelig gemacht. Wen wollen wir spielen? Ist uns einer vom Namen sympathisch? Steffi ist uns sympathisch. Gegen James. Damit wir auch ob die so ein bisschen Unterschied haben. I love Tahiti. Ja, warum nicht? Magic Thailand, okay. Einsatmatch. Ja, starten wir doch direkt da mit rein. Versus. Ja, finde ich gut. Achso, er lädt. Ja, du findest keinen Wikipedia-Artikel, aber du findest einen Artikel von Maniac.de. Wer hat einen Ball? Ich habe einen Ball. Oh, nicht gut. Genau, und körpergroße Spielfeld passt natürlich nicht zusammen. Okay. Jetzt hat sie 15 Punkte oder was? Das ist aber blöd. Oh, der ist drüber. Ich habe Gangsnetz, okay. Ja, das ist schlecht. Na ja, muss halt erst mal ein bisschen reinkommen, ne? Ja, cool, cool. Ich würde sogar fast sagen, mittlerweile schon das beste Tennis Game. Wir hatten eins, das war echt gut. Das war ja auch realistisch. Ich sag mal, streng dich mal ein bisschen an. Du siehst aber jetzt nicht viel von Tahiti, wenn ich ehrlich bin. Vergiss es. Ja, komm, schmetter doch. Stimmt dann mit dir nicht. Ah, jetzt haben wir Tahiti gesehen. So, Seitenwechsel. Sie hat den Aufschlag. Alter, schmetter doch nicht so. Och, da hier. Ein paar Tänzerinnen. Sag mal. Muss ich in die richtige Richtung drücken? Ach, komm, schmeiß dich doch. Ja, und die... Oh Gott. Warum? Ich meine, warum kommt der nicht automatisch richtig auf? Ah, okay. Ach, komm, Leute. Sabohart. Sag mal. Da war Powerhinter. Komm, wir müssen auch mal einen Punkt holen. Ach, Leute, ey. Ehrlich. Ach, komm, ich dachte, du schmeißt dich ein bisschen. Oder muss ich das gesondert drücken? Ja, natürlich. Das kann doch nicht sein. Beweg dich doch. So will ich das sehen. Ja, 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 ja. 30 zu 15. Okay. Ah. Schlag da einfach nochmal zu. Fucht dir da rum. Tun dir da auf der Wie auch. Da bist du doch optisch angelehnt. Spiel. Dachte, sie wirft sich. Okay. Okay. Voll ins Wasser. Uh, den hole ich nicht. Ach, komm. Komm. Ey, sag mal den. Hey, sag mal den. Hat sie nicht gemacht. Uh, okay. Der war okay. Der erste Punkt, den ich irgendwann... Ihm? Ihm, glaube ich. Naja. Alter. Der ist einfach gestorben. Ach, komm. Ich muss mal mit Viereck oder so rumspielen. Ja, hau drauf. Machen wir jetzt schlickstack schnuck. Wo sind eigentlich die Hooligans? Ich hab mehr erwartet. Komm ich auch wieder raus? Ne. So, gucken wir uns doch mal Thailand an. Ich mein, jetzt hab ich das ein bisschen mehr drauf. Was haben wir denn? Also ich kann's halt auch nicht lesen. Chordsmash, Chordsmash, Options. Aha, okay. Exhibition Mode. Club Mode. Options. Player One. Nehm Anna. Ich bin ne Biene. Wie komm ich zum Ende? Ah. Snap your Chords. ET? Fragezeichen. Achso, das war das oder wie? Super. Okay. Dann gehen wir jetzt hier doch auf Magic Thailand. Dankeschön. Versteh ich jetzt nicht so ganz? Ja, ne, der will ich doch... Achso, warte mal. Strong. Super. Ah, da. Okay. Okay, okay. Kreis. Ich muss mehr mit Kreis arbeiten. Sehr schön, ja. Wir nehmen uns jetzt, äh, äh, Anna. Gegen Heidio. Von Magic Thailand. Ja, reicht. Machen wir fertig. Thailand. Hearthstone Court. Mhm, mhm. Schick, schick. Cool gemacht. Das war jetzt strong. Uh, okay. Sehr schön. Wie, war's ich, oder was? Ja, ne? Ich glaube, mit dem strong muss ich aufpassen. Aber läuft schon besser. Ach, komm, Leute. Wett, komm. Ach, komm. Das war ein Witz. ok ich dachte komm ja weißt du und er trifft genau rauf ihr seid so unfair wollte mich irgendwie rollen ja komm soll ich überhaupt mal weiterspielen love it ja komm ich darf nicht hoch machen ach komm ich meine ich stand richtig und alles getunnelt ja ja das war natürlich zu niedrig nimm das ach komm ach so unverdient ey jetzt ist es zu früh ach ihr seid doch mit 15 punkten oder so abstand muss er gewinnen wenn du damit den könig triffst na komm doch zeig was du drauf hast ach so das war der doll und da hätte ich ach so ich muss dann loslassen ist das immer diese verzögerung dazwischen das ist so wirklich das was einen krank macht du musst halt wirklich genau dort aufschlagen mit sport ach komm ja wir sehen uns im nächsten video wieder hoffentlich das war eine erfahrung so an sich ganz cool aber härter als gedacht also hast du wieder so diese kinder optik ne das halt auch so kleiner anspricht aber du musst ja wirklich genau perfekt stehen du musst genau gucken wann du welchen schlag nimmst es wird so hoch bis zum nächsten video bis dann bis dann bis dann